Hallo und Willkommen bei The Forest LP LP? LG? Ah ne LP wollen wir nicht, den haben wir genug Oh ja, ne egal LPGT? Let's play together mit irgendjemand anders GT? TG? Ne Nee LPGT ist doch hier die Komische, äh die Vereinigung wo Die Homosexuellen und die Transsexuellen Drinnen sind Damit hab ich nix zu tun Du net? Ne Ach ich hab jetzt grad gedacht da hinten steht Dings Hexapussy Borscht Wodka Dass du hinter nur am Saufen bist Ja den hatte ich grad so in der Hand Was haben wir denn hier eigentlich? Ach jawoll Brauchen wir Stiggis? Ich hab 20 Stück einstecken Aber Ich hab 4 Seile Stiggis 4 Seile? Ja Ich auch Ich glaub Seile brauchen wir irgendwo Aber Ähm Steiner Ich mach meine Äste gleich hier Genau E-Sodium Ah, geht nicht mehr Ja Ah, wir müssen auf jeden Fall Schlachten und Holz holen Dann Ich war schon lange nicht mehr Holz holen Ja Äh Boah jetzt wär ich fast ins Wasser gefallen Ich kann die Störung von dem Auto gar nicht mehr Von dem Lkw Von dem Holzwagen Ja Ja Von dem Auto Ja Lkw So Ich hab mich erstmal ernährt Gesünd Von Verena Äh Waran Verena Links ist noch ein Wagen Ja Aber ich muss auch erstmal wieder die Steuerung lernen Vom Spiel Ich hab ne Spinne getötet Hm Ich will Steine sammeln Alles sammeln was man findet Mal schauen was ein Käfig ist Hm Ja Hallo Oh Haben wir einen Hasenstall Hast du den getötet? Oder lebt der noch? Der lebt noch Kann ich den einfach so Freilassen? Verwirklich? Ja Hasenstall Wir brauchen einen Hasenstall dafür Ja Dass man die Art gerecht halten können Ich bin halt auch schlau ne Wir fangen einen Hasen Das kostet einen Stock Dann lass ich ihn frei Ja Ja An deiner Intelligenz hab ich nie gezweifelt Ich auch nicht Meine Mutter schon Die traut sich was Ich verstehs aber nicht Ne 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 So Da war die Axt Klick 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 So ich würd sagen Ich lauf da mal in den Wald rein Du traust dich was Und die Bäume fallen schon wieder irgendwie Aber nicht so wie sie sollen Ich bin auf der Lauer Auf der Lauer auf der Mauer Ach nein Ich sehe keine Rehe Ich sehe keine Rehe over Ich sehe tote Menschen Ich habe ein Stück Wild ausgemacht Ich zeigte einen Spiegel Ich höre dich doppelt Ich nähre dich nicht Ich werde angegriffen Du hast vergessen zu sagen Oh one out Oh one out Alter Junge chill doch mal Was hast du denn für ein Problem auf einmal Wo kommst du her Junge Alter Ich weiß es doch selber nicht Als ich stehe so hinterm bauen Ne hinterm bauen Und dann werde ich geschlagen Ich schlitte dich erschlungen Einfach so Alter Aus Prinzip Bambi Es tut mir leid Ich wollte das nicht Es ist einfach so gekommen Entschuldigung Ah jetzt ist es umgefallen Ich weiß nicht warum Hey jetzt hat es sich ausgezogen Ich glaube das macht sich nackt für mich Ihhh Das ist ein verrücktes Bambi Ja Vogel Ach alter Kann doch nicht sein Wie viele von den hässlichen Menschen sind hier unterwegs Beleidige die nicht Die haben Gefühle Ne Ihr habt Gefühle Ich tue so als wäre ich nicht da Ich bin ein Specht Die gehen ja zu dir Bitte nicht Bitte nicht Hier ist schon einer Schade Ah ja jetzt sehe ich sie bei dir Ja schön ich sehe bei dir was umfallen Alter hat sich einer verschluckt Jep Eigentlich Machst du Mucke? Ich kann viel besser Mucke machen Ich kann viel besser Mucke machen Machst du Mucke? Bist du Rapstar? Junge Schau ich guck Ich nehme hier Stein Ich guck. Guck, ich hab's dein. Und hab's Bär. Ich glaub der ist Metal Musiker. Metal? Jo, Metal Leute. Hat er dafür schon ein Metal bekommen? Da fällt ein Baum. Da fällt ein Baum. Der ist nicht mehr sehr weit verzögert. Nicht? Nee. Voll krasser Stoff. Oder... Dicker. Vollit. Ach, da wartet doch schon wieder jemand da unten. Nee, der eine ist zu dir gerannt. Und der andere ist noch bei mir und kommt auf mich zu. Ja, aber in unserem schönen Strandhaus wartet auch jemand. Ach so. Wer wartet da? Dein Freund? Ein Freund und Helfer. Schrei nicht. Das hab ich auch gehört. Oh, ich hab Fisch. Ist ja Fisch gut. Fisch, bist du gut oder bist du schon getrocknet? Ich kann jetzt das komische Teil hier nicht nehmen, weil die hier vorne warten. Egal, nimm's einfach. Stell dir halt blöd rum. Bin ich rot? Nö, ich bin nicht rot. Dann würden sie dich ja ansummen. Mit ihren lieblichen Stimmen. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Bruder Jakob. Nein, ich war mir nicht rot. Echt? Bruder Jakob, ja. Ich weiß was die Summe, die singen Bruder Jakob. Schaut, ich nehme jetzt nur den Wagen hier. Lalalala. Und will einfach nur meine Ruhe. Wow. Ich renne mal ein bisschen. Ich hab doch so ein schön Ding da. So schön das Ding eigentlich vor die Tür gelegt. So ein Fußabdreter. Ich hab den grad gebaut. Und der ist im Boden versuch. Das sieht man eben gar nicht. Soll ich noch mal probieren? Was hast du denn gemacht? Ein Ei? Eier. 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 Eier, Junge. Hä? Man kann Rehfälle an die Tür hängen, Alter. Was sind das für ein Käse? An die Decke? Alter, warte, ja. Das ist dann eine Rehfelltür. Eine Rehfelltür. Ja. Das ist dann für die ganz Harten. Ey. Die Harten. Die harten Daten tun das. Meine Katzen machen schon wieder Unfug. Mhm. Was ist der... Bob, der Baumeister, wird er zu Strich bei dir? Bobby. Bei mir nicht. Was ist denn... Hä? Wir brauchen noch 72 Steine. Nein, Katze, Katze, Katze? Nicht Katze, Katze, Katze? Das sind ja nicht mehr viele. Was, Steine? Ja. Aber wohin ist denn jetzt so ein Film? Hä? Wo? Jetzt können wir halt so Fensterlaid machen. Achso. Sieht man das wenigstens da als Teppich? Wahrscheinlich auch nicht. So. Wo brauchen wir jetzt noch 13 Baumstämme? Äh... Die Bänke oben. Das sind 10 Stück insgesamt. Achja, und der Tisch. Das ist eine. Und das Ding war auch noch einer. Okay. Ölf. Vogel. Ölf. Ne, Vogel hast du gerade mitgebracht. Ölfett. Äh... Achso. Gut, es sah gerade aus, als ob der mir den Mittelfinger zeigen würde, der eine Arm. Hm. Irgendwo. Äh. Was? Wait, 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 wait. Nein. Halt, halt, halt. Oh Gott, oh Gott. Was ist da passiert? Oh my gosh. Doppel number. Ich habe gerade irgendwie Steuern und E gedrückt und der hat einfach die ganze Zeit irgendwie so Dinger gebaut. Ja, deswegen macht man das. Oh mein Gott, wie blöd schaut denn das jetzt aus? Also ich finde... Doppelschaden. Also, ne? Also ich finde das jetzt hier super sexy, ne? Mach dazu noch die Rauter. Von unserer Lieben. Weißt du denn dem? Was? Das ist moderne Kunst. Modern Talking. Modern Taking. Modern Cock Taking. Aber jetzt fängst du schon mit solchen Sachen an. Was? Was? Junge, du musst auch mal erwachsen werden. So, ne? Ha. Oder auch nicht. Vielleicht morgen. Morgen? Vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Morgen Freiman. Oh. 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 Das gefällt mir. Klaus und Hubert stehen da oben. Jetzt noch ein Hausboot. Wo? Was? Hausboot? Hausboot? Nein, Klaus und Hubert. Ja, wer ist denn das? Ich kenn die doch nicht. Das sind so... Ich kenn doch deine Kumpels nicht. Zwei ganz, ganz schniege Handwerker. Die wollten mal vorbeischauen wegen dem verstopften Siphon bei uns. Wegen der verstopften Bong? Siphon. Nicht Bong. Und die haben... Ja, ja. Dann sollen sie das mal tun. Und die haben noch ein paar Freunde mitgebracht. Achso. Klaus, Hubert und ich glaube es ist noch ein Geselle mit dabei. Äh, ein Lehrling. Ein Stift. Ein Kugelschleiber? Ne, Wachsmausstift. Haha. Sagt der Klose Stift zum kleinen Stift Wachsmausstift. Au, das tut weh. Vor allem weil ich drüber lach. Ist dein Lachmuskel kaputt? Nein, über den flachen Witz. So wie der Uwe heute, Alter. Da ging es um einen Roman. Äh, ja. Da hat er irgendwas gesagt. Ja, der erzählt schon wieder einen Roman. Der Roman erzählt mir einen Roman. Ja. Hello. Blau. Bitte sterben Sie. Es tut mir leid. Ach, ich habe deinen Bruder gehört. Wo ist der? Ein Klaus oder ein Hubert? Oder ein Stift? Ja, ich lasse den süßen Arsch mal stehen. Oh. Hast du dich verliebt? Ja. Oh, wie süß. Ich... Ja. So ist das heute im Leben. Jo. Äh. Mäh. Äh. Ja. Du hast Besuch, glaube ich. Ich brauche Hilfe. Habe ich im Internet gesehen, dass du Besuch hast. Echt? Habe ich es geteilt auf Facebook? Nee. Nee. Nicht? Nee. Ich habe eine Party angemeldet, ne? Vier Mann haben zugesagt. Also, nein, 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 nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Geh nach Hause. Ja, man sieht ja gar nicht deine Spielanzeigen. Also... Echt? Kann das sein, dass man nur dein Bild links oben sieht? Ja. Ja. Es ist so. Äh, hilf mir mal bitte. Ich glaube, du bist down. Ja. Ja, warte. Ich sah mir noch schnell die Brenner um. Oh, man sieht mein Bild wirklich nicht ganz. Ah, kommt gut. Fressen sie dich schon? Ja. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz hier... Oh, verdammt. Äh, du bist weg. Hast du aufgegeben? Nein. Ich bin gestorben. Hä, ist doch schnell. Geht das doch gar nicht, oder? Doch, irgendwie schon. Das ist komisch. Ich kann das nicht so. Sieht das an die Kleidung? Hey, gib meinen Pfeil zurück. Junge, komm zurück. Ich habe Hunger auf jeden Fall. Ich komme gleich wieder zu dir. Weil ich muss mein ganzes Zeug wieder aufsammeln. Ja, das wäre nicht schlecht. Ah, ich sehe meinen Totenkopf. So, jetzt darf man alles wieder sehen. Ja, man sieht alles wieder. So. Da liegen ganz viele Steine. Und da ist ein E. Und da ist deine Kleidung. Ich bin gleich da. So. Hey, ich weiß, wo das Flugzeug ist. Hätte ich eigentlich auch gleich markieren können, oder? Also. Alter, was ist denn mit euch verkehrt? Analverkehr. Schlechtsverkehr. Alter, die treffen aber jeden, jeden Schlag. Sie sind gleich da. Fuck, 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 fuck. Alles gut bei dir? Ja. Ich konzentriere mich. Wir werfen dich gleich mit dem Stein. Geh weg. Ja, ich habe wieder alles. Jetzt geht's auf. Haha, du bist tot. Hat mich schlecht dich'n Tarn. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Ich bin gerade aus dem Spiel raus geskippt. War ja ein Pfeil im Kopf aber bestimmt. War ja nicht im Kopf. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck. Okay. Ah. Geht doch wieder. Teil für Tage. Nehmen wir die mit. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Ah. Ach ja. Ach, wow. Nein. Wollen wir kurz schlafen? Das wird Zeit, dass du wieder mit mir schlafen willst. Ja. Und soll ich nächstens eine Leiche mitgenommen? Nö. Natürlich nicht. Ihhh. 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 Kann ich da dran lecken? Komm her. Ja. 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 Ich habe noch mit mir. Ja. 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 Ich habe eine Ruhe, Echse. Vogel. Ich habe einen Vogel getötet. Echse ist immer noch am gesündesten. Echse. Warum kann... Jetzt kann ich aus den Vollen auch trinken. Okay, ich gehe jetzt wieder Holz machen. Ich wohne mein Holz. Ich wohne mein Holz. Ich wohne mein Holz. Sehr schön. Nom, 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 nom. Ich hoffe mal, Klaus und Günther kommen, äh, Klaus und Herbert kommen jetzt halt schon wieder. Ach, bei mir ist Feicher wieder ein, das ist die fliegenden Lagen. Einer oder ein R? Eins. Im Laufen habe ich einen Headshot gegeben. Hä? Ich denke, wahrscheinlich bei uns ist es auch so Treffpunkt für alles und jeden. Ich glaube, ich habe gerade übrigens einen Skillshot gemacht. Was denn? Ich glaube, ich habe gerade irgendwie aus Versehen einen Doppelschuss abgegeben, weil ich einen im Hintergrund einen Headshot gegeben habe und einen, der auf mich zugelaufen ist, einen Headshot gegeben habe. Mit einem Schuss. Ja, ich dachte jetzt schon, du machst einen 360 No-Scope. Mal. Warum strecken die die Füße so hoch, Alter? Weil die es wollen. Alter, der fühlt sich Fußnägel. Oh, mh, boah. Gib mir deine Knochen. Kommt echt nie zum Bäumenfeld, wenn die da und da. Warum albern die Kinder? Ja, deswegen kümmere du dich drum. Ich mache Bäume klein. Die Kinder des Waldes. Ich habe gerade Quote-Surfing gemacht, äh, Baum-Surfing. Trie-Lock-Surfing. Ja. Ganz ein Harder bin ich. Hm. Irgendwie passen meine Knochen nicht mehr da ein. Ich habe gerade schon wieder drei so Affenköpfe in die vier Affenköpfe drin. Oh. Hm. Die haben es auch ein bisschen mit dir, oder? Aber echt, ey. Echt immer die weißen Menschen. Dass der weiße Mann uns nie an Ruhe lassen kann. Hast du schon einen Hasenschle gebaut? Nein. Deswegen musste ich den Hase wieder freilassen. Aha. Hast du mit dem Stock rausgeholt? Er hat auf jeden Fall viel Gewicht verloren. Er hat dir was als geschenkt da gelassen, stimmt's? Naja. Er hat abgenommen und mir hat er etwas gegeben. Geschenkt. Er hat gesagt, er braucht es nicht mehr. Und dann habe ich er angenommen. Bevor es nur dumm liegt. Ja. Und der Mond scheint zu hell. Echt? Wo? Das weiß ich nicht. Was machen die schon wieder da? Entschuldigung. Alter. Jetzt ist es ja mir genau vor die Füße gelaufen. Arme, Verena. Ich hätte doch mal das leben können. Oh mein Gott. Ich frage mich. Wessen? Wo brauchen wir Baumharz? Ich hasse euch alle. Nein. Wir sind nicht so. Pack deinen Lümmel ein und verpiss dich, Junge. Was ist denn los mit dir? Hast du ein Problem, Alter? Dann hau ab. Du musst mich ja nicht immer heranmachen. Du kannst auch dein eigenes Leben führen. Dein eigenes Haus aufbauen. Deine eigene Familie gründen. Mit deinen hässlichen, missgestalteten Geschwistern. Oder Mütter. Oder Kinder. Oder was auch was von dir ist. Ah. Ekelhaft. Hey. Hey. Ach, das ist wieder Uschi und Hildegard. Klonko Bernd. Ne, nicht Klonko. Na doch, da ist auch mal dabei. Das ist der Zuhälter. Und das sind seine zwei kleinen, ja, äh, Arbeiterinnen. Unten vor der Haustür. Ja. Die Bettelnschopper. Oder das sind diesmal die von den Zeugen. Ein Baumstamm. Wo muss der Baumstamm noch hin? Ah, da. Da ist noch ein Baum. Da, da. Da, hier. Ja, ja, ja. Ach, lol, ja, stimmt. Die hab ich total verpeilt. Alter. Alter. Das sind da unten schon wieder los. Für eine Raddauer. Ich will einfach nicht einen Baumstamm raus. Äh, wo ist der hin? Keine Ahnung, warte mal. Ich krieg dort. So, ich bin dann gleich wieder da. Ich muss noch mal ganz kurz so was machen. Alter, die drehen hier schon wieder am Rad. Ja, ich werf den, ich werf den gleichen Baumstamm runter. Da, Fress. Ach, schau, das hat ihn nicht erschlagen. Da, 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 da. So, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Knochen. Alter, wie viele? So. Wie viel Stoff ich hab? So, warte mal, ich bin gleich wieder da.